Diese Naturerlebnisstation steht all unseren Gästen zur Verfügung. Von unserer umgebauten Scheune aus können sie auf zwei Etagen, selbst geschützt und deshalb ungestört, mit dem Fernglas auf die von uns angelegten Wasserflächen schauen. Die nachfolgenden Tiere und viele mehr können sie gerade im Frühjahr und Herbst jeden Tag selbst erleben. Kampfläufer, Rotschäkel, Bekassinen, Kiebitze, alle tummeln sich auf unseren Wasserflächen. Diese Art der Vogelbeobachtung ist einzigartig, nicht nur auch für selbst. Diese Ringelgans und sehr viele andere Arten auch sind Zugvögel und insbesondere im Frühjahr und Herbst anzutreffen. Von März bis Ende Mai, wie auch im Herbst, kommen sie aus dem Staunen nicht mehr heraus. Zudem geht es auf der Insel geruhsamer zu und die Preise sind größtenteils Nebensaisonpreise. Ab und an sind auch der Knutt und der Wasserläufer bei uns zu sehen. Stammgäste sind der hier balzende Rotschenkel und die Uferschnäpfe. Die raufenden Kampfläufer wiederum sind selten. Und laut einschlägiger Literatur sollten die Löffler, gar nicht hier sein. Doch bei uns fühlen sie sich wohl und sind schon Stammgäste. Gerne sind wir auch bereit, Ihnen weitere 22 von uns angelegte Wasserflächen zu zeigen. Wir bringen Ihnen die Welt der Zug- und Brutvögel auf Führ näher. Gerade im Frühjahr und Herbst, wenn es auf der Insel wieder geruhsamer zugeht, ist ein reges Treiben in der Vogelwelt an der Tagesordnung. Hier haben wir dann auch Zeit, mit Ihnen auf die Vogelpirsch zu gehen. Dabei können Sie dann Vögel wie hier die Uferschnäpfe ungestört beobachten. Das System-Eathlon-Felzen3je Das System-E Untertitelung des ZDF, 2020